Sich um seinen Typ 2 Diabetes zu kümmern, ist ja auch ein Zeitfaktor. Die Ernährung muss passen, man muss Sport machen, da geht Zeit drauf, man muss genug schlafen, man muss alles Mögliche beachten und machen. Das frisst halt viel Zeit und wenn man natürlich viel beschäftigt ist, ist das oft so die Ausrede, ich kann nichts machen, was soll ich tun, ich habe einfach keine Zeit dafür, dass das nicht so ist. Das werde ich dir jetzt mal erzählen und ich wünsche dir viel Spaß dabei. Viele denken ja, gesunde Ernährung ist auch gleichzeitig mit viel Zeit verbunden, das ist sehr aufwendig, das ist sehr lange in der Küche stehen, man muss immer, man darf eh nirgends hingehen, so auf der Straße, so Fastfood mäßig an den Kiosks und so und an den, irgendwo man halt was Schnelles bekommt, da gibt es eh nichts Richtiges. Im Grunde ist es nicht so, man muss halt wissen, wo man schauen muss und auf was man achten muss, aber dass man nichts Gesundes findet oder dass das immer sehr zeitaufwendig sein muss, das stimmt einfach nicht, ja. Es kostet nicht viel Zeit, egal ob du jetzt unterwegs bist, Geschäftsreisen, ob du viel im Auto bist, Außendienst, was auch immer, oder ob du einfach spät immer nach Hause kommst und dann dir schnell was zubereiten musst, weil du einfach keinen Bock mehr hast, noch ewig in der Küche zu stehen, sondern einfach mal Hunger hast und deine Ruhe haben willst. In jeder Situation kann man für sich sinnvolle Entscheidungen treffen, die nicht sehr aufwendig sein müssen. Es kann auch sehr schnell gehen mit irgendwelchen Tiefkühl-Fertiggerichten, die man sich machen kann, mit auch zum Teil aus Dose oder aus dem Glas, aus Konserven, gibt es schon tolle Gerichte, die schon fertig sind, die muss man sich nur noch aufwärmen. Ja, und auch für Diabetiker, nicht nur, ja, ich will ein paar Kilo abnehmen, da gibt es irgendwas, aber für Diabetes ist das schlecht, nein. Es gibt auch sehr, sehr tolle Dinge, mit denen man gut abnehmen kann, die aber auch bei Typ 2 Diabetes geeignet sind. Man kann sich auch sehr schnell selber was zubereiten, was super ist. Ja, mit ein paar Komponenten. Nicht irgendwie ewig schnippeln, in der Küche stehen, alles aufwärmen, fünf Töpfe hier auf dem Herd und aufwendig braucht es doch nicht. Es geht doch auch schnell und einfach mit ein paar bestimmte Lebensmittel, die eben keinen Aufwand brauchen, nicht großartig, wo man sich natürlich ein bisschen was zubereiten muss, aber den Aufwand hat man ja immer, aber halt nicht stundenlang kochen muss. Also zu Hause ist es super easy. Ja, das ist überhaupt keine Ausrede, dass man sich zu Hause da nichts zubereiten kann. In Restaurants, was man halt dann meistens macht, wenn die Zeit knapp ist, dann geht man halt irgendwo hin zum Essen, ist doch auch kein Problem. Man findet überall irgendwas Gesundes, was man essen kann. Man muss halt nur wissen, auf was es drauf ankommt. Die meisten haben doch nur das Problem, weil sie dann im Restaurant sitzen und einfach nicht wissen, was sollte ich denn jetzt am besten essen, was ist denn gut für mich, für den Blutzucker, dass ich abnehmen kann, dass ich vielleicht auch zunehmen kann, je nachdem wie deine Situation gerade ist, weil sie nicht wissen, was ist denn jetzt gut und deshalb ist es aufwendig, alles durchzuschauen, sich Gedanken zu machen, das ist ja der Zeitaufwand. Weil wenn du weißt, auf was es ankommt, was du auswählst, dann ist es einfach nur die Karte aufschlagen, ich nehme das Gedicht, fertig. Ja, der Aufwand ist also nur mit Unwissenheit verbunden. Das ist der Zeitaufwand und nicht, weil es wirklich aufwendig ist. Also Zeit im Sinne von, ich habe keine Zeit, mich gesund zu ernähren, ist absoluter Quatsch. Dann natürlich noch Thema Sport. Wir haben keine Zeit für Sport. Müssen früh raus, kommen spät nach Hause. Wann soll man da Sport machen? Sind den ganzen Tag im Büro, im Auto unterwegs, was auch immer. Da kann man keinen Sport machen. Da kommen auch nicht viele Schritte zum Teil zusammen. Da passiert halt nicht viel. Das heißt, für dich wäre sinnvoll, etwas zu finden, was sehr, sehr effizient ist und nicht so zeitintensiv. Ja, also die wenige Zeit, die du hast, sinnvoll zu nutzen. Und nicht dann irgendwo auf einem Crosstrainer zu sitzen, stundenlang im Fitnessstudio oder stundenlang auf deinem E-Bike sitzt und dich vom Motor durch die Gegend fahren lässt. Mach bitte Krafttraining. Ob du das im Fitnessstudio machst, ist mir egal. Das kannst du auch zu Hause machen. Musst halt ein bisschen Equipment dir besorgen oder mit dem Körpergewicht. Mach einfach da zweimal die Woche knackige Einheiten. Wenn sonst nichts geht, dann mach wenigstens das. Fokus auf Kraftsport, nicht so viel Ausdauer. Ja, da verbrennt man viel Kalorien, aber braucht halt viel Zeit. Weil wie lange sitzt du denn auf dem Rad? Wenn du mal ordentlich fährst, da sitzt du ja stundenlang auf dem Bike. Im Vergleich, wenn du einfach knackiges Workout machst, braucht vielleicht 20 Minuten, vielleicht eine halbe Stunde. Wenn du mal mehr Zeit hast am Wochenende und gehst ins Fitnessstudio, bleibst halt vielleicht mal eineinhalb Stunden und gehst danach noch gemütlich in die Sauna, wenn eine vorhanden ist. Also das ist effizient. Das braucht nicht viel Zeit. Du hast aber maximale Wirkung, weil das Schöne ist, du verbrennst nicht nur Kalorien, du baust dadurch auch noch Muskeln auf und hast noch eine bessere Auswirkung auf deinen Blutzuckerspiegel. Also mit wenig Aufwand hast du ganz, ganz viel rausgeholt und das ist zeiteffizient. Deshalb Fokus darauf. Dann natürlich, was auch oft vergessen wird und wo viele dann wirklich hängen, wo es dann nicht mehr vorwärts geht, wenn einfach das Trinken vergessen wird. Das ist doch auch kein Zeitproblem, das ist einfach nur ein Ich-denk-nicht-dran-Problem. Weil zu wenig zu trinken den ganzen Tag kann dafür sorgen, dass das Gewicht nicht mehr nach unten geht, dass du viel schlechtere Blutzuckerwerte hast, dass du nicht mehr konzentriert bist beim Job. Einfach nur, weil du es nicht schaffst, regelmäßig zu trinken bzw. genug zu trinken jeden Tag. Weil du es einfach vergisst und nicht, weil dir die Zeit fehlt, weil du zwischendurch nicht trinken kannst, weil du non-stop von morgens bis abends hier am Arbeiten bist und keine Zeit für nichts hast, sondern einfach nur, weil du es vergisst. Und da gibt es ganz, ganz viele und da sehe ich immer wieder, dass diese Leute eben schwieriger abnehmen, dass sie schlechtere Blutzuckerwerte haben, nicht mehr so viel Energie haben, nur durch diesen einen Punkt. Einfach nur mehr trinken und dann läuft es schon wieder von ganz alleine. Kann nur die eine Sache sein. Und das sind schon mal drei wichtige Punkte im Bereich Ernährung, Bewegung und Trinken, Flüssigkeitszufuhr, die man super easy, ohne Zeitaufwand, die für jeden umsetzbar sind, die aber, wenn man das meistert, einen extremen Hebel in Bewegung setzen. Und da muss keiner mehr jammern von, ich habe zu wenig Zeit, ich kann mich nicht darum kümmern, ist gerade irgendwas anderes wichtiger. Nein, genau das wäre wichtiger. Weil wenn es dir wieder gut geht, wenn du wieder fit bist, wenn du gesund bist, wenn du merkst, es geht voran, du kannst doch viel mehr Leistung wieder bringen. Du tust dir doch selber einen Gefallen, nicht nur dir, sondern auch im Job. Bring diese Sache mit rein in deinen Tag und dräng sie nicht weg und verschließ die Augen davor und red dir selber ein, dass du keine Zeit hast. Du hast Zeit. Du musst es nur mal effizient und sinnvoll angehen und dann ist das alles kein Problem. Und warum ich das weiß? Weil wir viele Kunden haben und Kundinnen, die auch wenig Zeit haben, die auch viel zu tun haben und die bringen es trotzdem auf die Kette. Die haben es trotzdem geschafft und auf einmal geht es. Haben davor auch gedacht, das geht nicht, ist alles schwierig, ich habe keine Zeit. Ja, weil sie nicht wussten, wie. Rieh dir da nicht selber irgendeinen Quatsch ein, sondern geh es einfach richtig an. Und wenn du es selber nicht weißt, dann können wir dir dabei helfen. Absolut kein Problem. Wir machen das jeden Tag. Das funktioniert. Das ist bewährt. Ja, das wurde schon hundertmal bewiesen, dass das klappt. Und warum sollte es denn nicht auch bei dir klappen? Mach dir doch das Leben nicht unnötig schwer, wenn es auch einfach geht. Und vor allem, wenn dich das gesundheitlich vor allem voranbringt. Dann sparst du dir langfristig viel Zeit, viel Schmerz, viel Ärger und viel Medikamente, die du dann vielleicht irgendwann mal nehmen musst, aber eigentlich gar nicht willst. Wenn du dabei Hilfe brauchst, dann melde dich bei uns unter www.peterseidel.com. Trag dich da mal ein fürs Gespräch. Dann schauen wir uns das mal an bei dir, wo du denkst, dass du keine Zeit hast. Und dann zeigen wir dir mal auf, dass du wahrscheinlich mehr Zeit hast, als du denkst. Und vor allem, dass das Ganze gar nicht so zeitintensiv ist. Das soll es gewesen sein zu der Sache. Ich hoffe, es hat dir weitergeholfen. Ich hoffe, es hat dir mal ein bisschen die Augen geöffnet, dass alles nicht so schwierig ist. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin wünsche ich dir wie immer beste Gesundheit. Und ja, schauen wir es gut, dein Peter. Und bis dahin. Untertitelung des ZDF, 2020